Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Let's Play WWE 2K15 im MyCareerMode auf der Playstation 4. Wir sind relativ neu bei NXT und müssen als nächstes antreten gegen Tommy Wall. Hieß ja nicht beim letzten Mal noch Tommy Hall. Naja, Tommy Wall heißt er auf jeden Fall, der Gute. Gegen den treten wir jetzt also an. Gut, den letzten El Honderro im letzten Part, den haben wir ordentlich rasiert. Jetzt mal gucken, wie es hier aussieht mit Tommy Wall, ob wir den auch platt bekommen. Vier Matches sollen wir gewinnen, sagt William Regal. Dann bekommen wir ein Hauptherausforderer-Match um den NXT Championship. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine geile Sache und direkt schon ein, naja, großer Schritt in Richtung Raw. Also in Richtung großes Roster. Ja, jetzt können wir da mal richtig rein her. Ja, sicher. So kommen wir doch rein. Mit Lederjacke und Sonnenbrille. Und nicht so wie letztes Mal. Das war irgendwie komisch, aber gut. Jetzt haben wir mal einen richtig ordentlichen Entrance spendiert bekommen. Und jetzt kommt auch Tommy Wall. El Honderro haben wir beim letzten Mal ja gar nicht gesehen. Tommy Wall. Ich kenne ihn noch nicht mal, aber der ist ja bestimmt wirklich bei NXT. Aber den kenne ich nicht. Die ganzen NXT-Leute, ich kenne nur Bo Dallas. Aber der ist ja mittlerweile auch bei Raw. Was hat der für einen strange Rücken, Alter? Bam, Junge. So, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal schneller. Das ist schon mal gut. Und ein bisschen sehr. Oh, Mist. Achso. Ah, ich... Idiot. Zack. Dafür bin ich jetzt rausgekommen. Aber war trotzdem ziemlich dumm, was ich da gemacht habe. Das war trotzdem ziemlich dumm. Einfach mal nix gedrückt. Bei diesem Schere-Stein papiert man eigentlich immer ganz gute Karten. Im Tie-Up. Oh, und wieder. Ah, jawohl. Diesmal haben wir auch gewonnen. Oder das heißt, gute Karten, aber... Das Tie-Up ist jetzt einfach cooler wie früher. Das muss man dem Spiel mal lassen. Das muss man 2K lassen. Ich finde, das neue Tie-Up ist besser als das alte. Oh je. Aber jetzt habe ich voll verkackt. Und jetzt geht es auch raus. Obwohl das auch irgendwie so ein bisschen... den... Ja, ich will jetzt nicht sagen Speed aus dem Match nimmt. Da momentan noch kein Speed vorhanden ist. Ähm... Bei meiner Geschwindigkeit hier. Beziehungsweise bei der Geschwindigkeit meines Wrestlers hier. Aber trotzdem... So ein bisschen... Das... Wrestling-Gefühl... Wie soll ich es beschreiben? So den Flow nimmt es schon so ein bisschen raus. Alter! Ich habe einfach nur eine normale Taste gedrückt und trotzdem macht er diesen... geilen Leg-Drop-Move. Alter! Leck mich am Arsch. Richtig motiviert der Mann. Richtig motiviert der Mann. Ah, scheiße. Das war mal ein geiler Move. Leck mich am Arsch. Äh, scheiße, zu früh. Äh, zu spät. Ne, was war es? Zu früh ist egal. Richtig motiviert der Mann. Ey, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so ein Move kann. Aber normalerweise war ja schon so ein Running-Move. Ich einfach nur ganz normal... ...ne Taste gedrückt. Wollte nur einen normalen Move zeigen. Auf einmal fängt er da an zu rennen. Wie so ein Irrer. Erstmal ein paar Schläge auf diesen... ...missbildenden Rücken. Scheiße. Aber Tommy Wall, der setzt uns, ja, schon ein bisschen mehr entgegen. Als Elhondero. Wir sind zwar trotzdem momentan der Bessere. Da ist... ...keine Frage. Wir sind auch wieder 50%... ...auf unserem Weg zum Finisher. Oh, ein schöner DDT. Gegen Tommy Wall. Ich könnte eigentlich auch mal... Zack. Oh. Hä. Geil. Wieso werden wir jetzt ausgebucht hier? Das war doch nur ein schöner... ...ein schöner Tons. Ein schöner Hupferz-Salte. Nur weil das sonst keiner kann, oder was? Zack. Ah, jetzt jubeln sie mir zu. Komisch. Komisch, komisch. Na. Das hat er nicht gern, dass man ihn auf seinem Rücken schlägt. Da wehrt er sich immer, der Tommy Wall. Das scheint weh zu tun. Aber echt ein strange Rücken, der Typ. Das sind ja keine Narben, sondern... ...so ist ja dem sein Körper geformt. Die Armee ist noch Narben. Alter, der hat echt einen ganz kranken Rücken, der Mann. Zack. So. Oh, Mann, was ein Schuss. Ne, wir werden hier ausgebucht, oder? Wenn ich das richtig sehe. Also wirklich, äh... ...wirklich zujubeln tun sie ihm aber auch nicht. Ja, ich bin noch nicht so ganz sicher, was sie hier tun. Vielleicht sind wir auf dem Weg, ein Heel zu werden. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Ja, jetzt jubeln sie nämlich wieder. Also ich bin so ein bisschen verwirrt, was hier die Zuschauerreaktion angeht. Und wieder der Double Arm. DDT. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt... ...haben wir überhaupt, ähm... ...noch einen anderen Signature? Ja, Finisher haben wir scheinbar keinen anderen. Also ich hab jetzt beides mal... ...beide Male noch in eine Richtung gedrückt. Dann wird er ja normalerweise einen anderen machen. Der Jackhammer und Powerpin hinterher. Auch Tommy Wall ist besiegt. Die Wand ist durchbrochen. David gewinnt. Niemand hat eine Chance gegen mich. Und jetzt wieder der Jackhammer gegen Tommy Wand. Und irgendwie... ...spackt während den Aufnahmen... ...äh, während den Aufnahmen... ...spackt während den Redbox-Momenten immer die Ava-Media-Card hier ab. Beziehungsweise das Ava-Media-Programm. Mit dem ich die PS4 auf den PC projiziere. Gut, alles klar. Deswegen konnte ich euch auch diesmal die Redbox-Momente nicht zeigen. Irgendwie... Nervt das so ein bisschen. Aber gut, die Redbox-Momente sind sowieso meistens scheiße. Zumindest war das auf der PS3 so in WWE 2K15. Das kennen wir ja aus... ...dem anderen Let's Play. Oh! Ladies and Gentlemen, unglaublich waren wir sogar diesmal. Der unglaubliche David. 6140. Großes Drama, da haben wir diesmal mehr bekommen. Und Signature-Einsatz auch irgendwie. Obwohl wir genau das gleiche gemacht haben wie letztes Mal. 846 Follower dazubekommen. Hm. Das ist auch schick. 2000 haben wir jetzt schon. 133 Talentpunkte und ein wöchentliches Gehalt in VC von 1250. Damit haben wir jetzt 2500 Ocken. Wow! Du bist besser als ich dachte. In der Umkleide sprechen alle von dir. Es gibt auch schon jemanden, der gegen dich kämpfen will. Ich arrangiere den Kampf für euch. Was? Aber er hat doch gesagt, er hätte sowieso schon vier Kämpfe für mich geplant. In diesem Monat. Was hat er jetzt? Hm. Naja. Weiß nicht, warum er jetzt nochmal einen arrangieren muss. So, ich würde sagen, wir begeben die neuen Talentpunkte, die wir da gerade bekommen haben, direkt nochmal aus. Hier bei Verbessern. So, Eigenschaften. Jawohl. Gehen wir mal runter. Was haben wir denn noch? Angriffstempo. Das ist auch sehr niedrig. So. Was haben wir noch? Grifftempo. Agilität. Können wir auch mal steigern so ein bisschen. Wir sind voll der lahme Jockel. Was haben wir hier? Ausdauererholung. Oh ja. Oh, das ist teuer. Schadenserholung. Komm, steigen wir auch mal noch. Sechs Punkte haben wir noch. Kriegen wir die noch irgendwo unter? Ne, ne. Sechs Punkte, da gibt es gar nichts für. Doch, hier. Sprungweite. So, zack. Da haben wir die sechs Punkte unter. Auch wenn Sprungweite jetzt nicht wirklich was Wichtiges ist. Aber egal. Sind wir gerade wieder auf Null rausgekommen. Gut. Alles klar. Sonst will ich hier nichts machen. Geht es direkt weiter, würde ich sagen. mit dem nächsten Match. Diesmal kommt gar nichts vom von William Regal. Kein neuer Tweet. So, gegen Zeus Tucker kämpfen wir jetzt. Zeus Tucker, irgendwie komischer Name. Olympischer Gott und dann Tucker. Zeus Tucker. Naja. Tucker and Dale. Tucker and Dave vs. Evil. Wow, hoppala. Und hier ist er. Der Cut ist irgendwie ein bisschen blöd. Mitten im Entrance hier. Aber gut. Macht nix. Vielleicht ändert man den auch irgendwann mal wieder. Und erinnert den Ring. Z-Dog. Was? Z-Dog? Ach, das sind vielleicht auch gar keine richtigen NXTler. Auch schon gedacht. Vielleicht sind das auch nur zufällige. Kann auch sein. Naja, ist auch egal. Ihr werdet mir mit Sicherheit sagen, ob das zufällig erstellte sind, beziehungsweise ob das von 2K erstellte sind oder ob es die wirklich gibt. Hier Zeus Tucker, Tommy Wall, El Hondero. Könnte ja auch sein, dass die nur zufällig sind. Aber das wäre auch komisch. Gegen 4 Leute gewinnen, die eigentlich gar nicht in der NXT sind. Und dann, ähm, und dann kriegen wir ein Match um den NXT Championship. Das wäre strange. Das wäre sehr strange. Nimm ihn doch. Wieso? Aha. Jetzt. Oh, jetzt kontert der Spacken. Oh, nice reversal. Ich gebe dir gleich nice reversal. Das halte ich von deinem nice reversal. Meine Fresse. So, und jetzt kommt wieder hier mit Anlauf. Ah, ne, der da. Genau, zack. Der geile Leg Drop mit dem Salto. Großartig. Und zack. In den Rücken vom Zeus Tucker. Oder hat jetzt Zee Tucker gesagt? Ne, der hatte Zee Dog oder so. Ne, Zee Dog ist eigentlich auch geil. Ne, irgendwie anders. Aber auf jeden Fall hat er den Zeus hat definitiv noch nicht gesagt. Aber Tucker glaube ich auch nicht. Naja, vielleicht ist es auch wirklich sein Spitzname, was der Ring Announcer da announced hat. Irgendwie ist das ein bisschen einfach hier. Was denn los? Oh, der Typ hat ein Comeback. Das könnte gefährlich werden. Ah, fuck. Hallo, ich hab's doch. Hör, ich hab gedacht, ich hätte es abgebrochen. Aber das hab ich jetzt auf jeden Fall mal gekontert. Sehr schön. Und er hat grad sein Signature gemacht und deswegen haben wir den jetzt. Und das war scheinbar unser zweiter Signature. Das war scheinbar unser zweiter Signature, ja. Sehr gut. Signature gekontert und damit direkt selbst einen bekommen. Und hier ist nochmal der Jackhammer gefolgt. Vom Powerpin gegen Zeus Tucker und auch der ist Geschichte. Auch der ist nur ein kleiner Stein auf unserem Weg zum WWE Champion. Ich hab die jetzt mal absichtlich übersprungen. Die Redbox Momente. Erstens so geil waren sie ja sowieso nicht und nicht, dass mir hier wieder alles abkackt. Das wird mir auf die Müsse gehen. So. Jawohl. Gehen wir weiter. Ja. Das Match war jetzt ziemlich kurz. Da muss ich ja wohl noch eins dranhängen. Dann muss ich ja wohl noch eins dranhängen. Da bleibt mir wohl nicht sonst nichts übrig. Unglaublich. Erneut unglaublich. Genau das gleiche wie beim letzten Mal so ungefähr. Wieder 845 Follower bekommen. 3000 haben wir jetzt. Sehr schön. Geht schnell mit den Followern hier. Würde das denn echt auch so schnell gehen? Mein lieber Scholli. Ja, was ist denn los? Hallo. 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 Aha. Aha. So. Hm. Dieser Balken oben bei Face Heal. Da sind wir eher bei Face. Also wir sind glaube ich auf der Richtung ein Face zu werden. Kein Heal. Xalas besiegt Zeus Tucker. Diesmal also gar kein gar keine Infos von William Regal. Wir geben mal die 133 Punkte wieder aus. Was ist hier eigentlich? Ne, da geht's nicht. Wieso kann ich da überhaupt Achso, ich hab nicht genug. Ach, dafür brauch ich ja auch TP. Stimmt. Um hier die Sachen zu machen. Da hab ich auch schon was gemacht. Entkommen. Schonungslose Aggression. Roofless Aggression. Das waren noch Zeiten, als John Cena reinkam zu Kurt Angle. Und ja, kennt ihr wahrscheinlich alle. Der erste Auftritt von John Cena damals in der Roofless Aggression Ära. Der schonungslosen Aggression Ära. Beim Kämpfen an der Ringseite ist der Schaden durch Griffe das ist doch Käse, das brauchen wir doch nicht. Techniker Techniker Meister Kann man alles machen. Okay. Interessant. Was? Warum steht hier eigentlich keine? Details keine. Steuerung Was? Ah, ich hatte den scheinbar gekauft aber nicht eingesetzt oder wie ist das? Äh, ja ich hatte das ja eh schon gekauft. Hä. Nur irgendwie nicht eingesetzt oder so. Ich hab jetzt immer noch meine Ja, die 133 hab ich immer noch. Aber die lassen wir jetzt mal. Dann setzen wir es demnächst auf Fähigkeiten. Die muss man sich also gar nicht kaufen. Okay. Interessant. Gut. Ne, dann können wir den Part ja doch beenden an dieser Stelle. Sind ja bei einer knappen Viertelstunde. Meine Damen und Herren das war's dann erstmal wieder mit Let's Play WWE 2K15 im MyCareerMode so heißt das Ding hier. Ich hoffe es wird euch gefallen über eine Bewertung oder einen Kommentar würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Dann treten wir gegen den nächsten an. Und möglicherweise auch schon das Number One Contender Match für den NXT Championship. Also Ladies and Gentlemen bis zum nächsten Mal. Ciao.